Hallo, ich bin die Zach Eva. Ich bin seit elf Jahren auf Gut Eiderbichl. Ich habe die Pferdewirtschafts-Ausbildung gemacht, danach bin Tierpfleger und seit vier Jahren leite ich die Landwirtschaft. Hallo, ich bin die Michi. Ich arbeite in Hennendorf auf Gut Eiderbichl seit ein bisschen über fünf Jahren mittlerweile. Es ist einfach jeden Tag wieder eine absolute Herzensangelegenheit, hier aufzukommen. Ich stehe jeden Tag mit einem Lachen auf und freue mich auf die Arbeit, auf die Tiere, auf die Kollegen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren auf Gut Eiderbichl. Ich hätte mir nie gedacht, dass das, Frau Herr Roman, mir viel mehr gibt oder viel mehr in seiner super Arbeit. Wir kümmern uns gemeinsam um die Tiere, wir gehen auf die Bedürfnisse ein von den Tieren, weil natürlich oft und einige sind, die wirklich sehr viel Angst haben, sind sehr schüchtern, weil sie einfach wirklich schlimme Dinge erlebt haben. Und ja, bei uns dürfen wir lernen, dass das Leben wirklich wunderschön ist. Und wir nehmen auch wirklich jedes Tier so wie es ist, weil das machen die Tiere schließlich bei uns auch. Die Tiere nehmen uns auch so wie wir sind und darum machen wir das natürlich auch. Natürlich gibt es auch mal nicht so schöne Momente, wenn man Tiere bekommt und man baut da extreme Verbindungen auf und man muss sie dann wieder gehen lassen. Also man muss sie dann mit dem Tierärzt einschläfern oder einfach Abschied nehmen. Das ist für mich oder für uns Tierpfleger ja ganz was Trauriges und ja, gibt es auch viele Tränen bei uns. Das Allerscheinste natürlich ist für uns mit den Tieren zu arbeiten, wie meine Milo Maus, das ist ein absoluter Prozessin, ja, meine absolute Lieblingsziege. Ich bin natürlich sehr viele Lieblinge da herkommen und das Schöne da herkommen bei uns ist, du lernst viel mehr an Medizin, an Pflege, man kriegt schwierige Fälle, man entwickelt sich da herkommen viel mehr als sonst irgendwo. Ich habe da in die fünf Jahre so viel Lebenserfahrung bekommen und an mir selber so viel lernen dürfen und ich merke es auch, wenn wir Lehrlinge bekommen, wenn wir Mitarbeiter werden, dass man das dann wirklich weitergeben kann und sie nehmen uns auch wirklich gut auf. Es ist einfach schön, es ist ein absolutes Miteinander da heroben, wir helfen zusammen. Das ist für mich kein Arbeit mit, sondern das ist mein Leben da heroben, das ist für mich das Allerscheinste. Ich bin liebend gerne hier, ich freue jeden Tag total gerne in die Arbeit und es macht mich sehr glücklich hier zu arbeiten. Ja, das ist mein Leben da, ich freuete mich einfach!" Untertitelung des ZDF, 2020